Hallo liebe Assassin's Creed 3 Remastered Zocker, hier das nächste 100% Video von mir aus Sequenz 5 Rettung auf dem Fluss. Hier haben wir nur ein einziges optionales Missionsziel. Die Sequenz ist an sich sehr sehr kurz. Wir dürfen hier bei der Rettung von Terry nicht das Wasser berühren. Wie das Ganze läuft, zeige ich euch jetzt mal. Ihr geht hier ein ganz ganz kleines Stück zum Missionsziel. Ja, ist nicht wirklich weit. Ich spiele das Ganze jetzt hier im Replay. Dann kommt hier eine kleine Sequenz, die ich jetzt hier skippe und dann fängt auch sofort das optionale Missionsziel an oder startet. Ja, bei Terrys Rettung das Wasser nicht berühren. Ihr seht, ich halte mich jetzt hier sofort rechts über den Baumstamm geradeaus. Also die Steuerung an sich relativ einfach R2 gedrückt halten fürs Spurten und dann immer mal X betätigen zum Springen. Ja, hier müsst ihr schon ordentlich Dampf machen. Ihr dürft euch jetzt hier nicht verhaspeln. Also das war jetzt hier der Weg, den ich gefunden habe, den ich hier zur Verfügung stelle. Ich persönlich dann relativ einfach fand, womit ich relativ gut zurechtgekommen bin. Hier bei den großen Baumstumpf, damit er sich drum herum windet, müsst ihr einfach nur sprinten bzw. R2 gedrückt halten. Dann müsst ihr nicht X oder ähnliches drücken. Ja, dann geht es hier weiter. Und hier ist jetzt auch schon fast das Missionsende. Hier packe ich ihn jetzt gleich auf den Floß. Hier bei dem vorletzten Stumpf oder Zweig nach links springe ich rüber. Ja, und dann gilt das Ganze als mich das Wasser berührt. So stelle ich mir das vor, weil man im Endeffekt genau auf das Floß drauf springt. Ja, eine relativ kurz knackige Mission. Ich denke, hier braucht man vielleicht den ein oder anderen Versuch, um sich mit der Steuerung ein bisschen vertraut zu machen mit dem Weg. Den Weg fand ich jetzt persönlich relativ einfach. Ist auch, denke ich, sehr, sehr gut im Replay zu spielen, weil die Mission an sich sehr, sehr kurz ist. Ja, hier nochmal zum Überblick. Rettung auf dem Fluss. 140 von 140. Volle Synchronisation. Das war's auch schon von mir. Wir sehen uns im nächsten Video aus Sequenz 5. In diesem Sinne, für den kompletten 100%-Durchlauf abonniert meinen Kanal. Das war's von mir. Macht's gut. Bis bald und tschüss.